Zocken ist für mich auf jeden Fall mit das Wichtigste im Leben. Da hat man Freunde, die interessiert, das ist ein Scheißdreck, wie man aussieht. Die mögen einen so, wie man ist, weil man einfach, ich bin ja kein schlechter Mensch. Ein ganz schlimmer Moment war, als meine Mutter in die Türkei gegangen ist, ausgewandert und war halt eine ganz enge Bezugsperson für mich, wo ich halt auch jeden Tag war und da fehlt halt was.